Willkommen zurück zu Let's Play Together Orksmaster 2 mit Scarlet, Anni und Clendis. Willkommen. Ja, der Schwarm. Der Schwarm. Physik macht Spaß. Ich glaube nicht, wenn man es studiert, aber... Wie jetzt. Ich stand da gerade bei mir. Wie man ja schon gesehen hat, auf diesem wunderschönen Bild kann man von hier über diese Brücke nach auf die anderen Seite gehen. Das ist voll schön. What the fuck? Okay, hier kommt einmal was raus. Ich hab Angst, wo wir zu holen. Oho. Sind das Bomben, die da an Ketten hängen? Ja. Du kannst auf den Kopf schießen. Ja. Das ist ja mal geil. Ich weiß auch nicht, wohin die fallen. Nach unten. Auf das Portal. Wenn die da zu nahe rankommen. Das ist nur das eine Portal, richtig? Wenn die zu nahe rankommen, kannst du die runterschmeißen. Das ist ja geil. Geil. So, ich glaub erstmal... Okay, dann kommen wir runter zum Portal. Okay, ich sollte hier nicht runterspringen. Komme ich hier hin? Und dann wahrscheinlich drücken hoch. Also ich glaube, ich bleib einfach hier an der Seite stehen. Ich weiß nicht, ob's sinnvoll ist, Pfeilwände hinzubauen. Wo bist du jetzt? Du bist oben. Ich steh hier oben, genau. Okay, im Gleit. Ich steh auch da hier oben. So. Oh Gott, ich bin gerade... Dann geh ich wieder rüber. So. Ich weiß nicht, wie viel sinnvoll ist, Pfeilwände, weil unten stehen tatsächlich... Ist ein bisschen eine Grube hier vor allem. Auf der Seite. Aber wenn's weit darüber geht, ist da unten der Boden. Hm. Ja, das wär ungünstig. Also würde ich sagen, wir bäuchten hier oben so ein bisschen was hin. Wobei, ich glaub, die können... Oh, das wird lustig. Überleben die so einen Sturz? Wenn du es hier hinbaust, wo ich gerade stelle, dann fallen sie hier runter und können ins Portal rein. Genau, ich hab jetzt so ein bisschen hier oben in die Ecke gebaut, weil hier hinten in der Ecke fallen sie hier, glaube ich, noch runter. Ich weiß das nicht. Naja, also hier, an der Stelle, fallen sie erstmal hier runter auf den unteren Pfad und dann laufen sie auch rein. Pfeilwände lohnen sich nur, wenn du die unten hinbaust. Dann stürzen sie nämlich in die Tiefe. Ne, die fallen ja von hier aus auch runter, glaube ich. Ja, aber auf den Pfad, der hier drunter liegt, wenn du mal runter guckst. Die ganzen hier unten sind tatsächlich, äh, ist eine Grube. Mhm. Na gut, ich bin gespannt. Man kann ja eigentlich nur Bodenpfeilen hinbauen auch. Ich denke, so werde ich es auch wieder machen. Ich werde jetzt die ganze Zeit hier, Teer, Boden, Schwefel... Warte mal, ich... Deckenpfeilen lohnen sich ja hier gar nicht. Dann kann ich erstmal die rausschmeißen. Äh, das wäre schwachsinnig. Das soll ich tun. Ich muss erstmal hier... Was kommt denn eigentlich alles? Flieger kommen. Ach, deswegen... Tatsächlich. Aber woher denn? Das würde mich auch mal interessieren. Muss ich mal gleich gucken. Über dem Loch da oben? Und Schamanen, aber keine Heiler, so wie es aussieht. Oh, und ein neuer. Ein Goblin-Gremlin. Super, ich habe irgendwie daran gedacht, dass die ja kommen könnten bei dem Namen von dem Ding, aber... Gefährlicher, schneller Gegner. Sprengt und entschärft Fallen. Was? Ich würde sagen, das Level machen wir einmal und dann noch ein neues Mal? Das wird ein Spaß! Wie ist das schon so kommen? Ätzend. So, wo ist meine Eisfalle da? Ne, meine Eiswaffe. So. So, dann nehme ich mal Säure. Ich bin echt gerade mal gespannt, was hier passiert. Eis nehme ich nicht, dann nehme ich lieber... Oh Gott, was nehme ich denn? Die Frage ist ja wirklich erstmal, wo die Fliegerlingel herkommen. Hier sind nämlich sehr viele Öffnungen hier oben im Prinzip. Na, großartig. Ich denke, ich komme erstmal auch mal zu dir. So. Ich muss hier erstmal überhaupt irgendwas inbauen. So, warte mal, wo kommen die her? Oh Gott, wenn die wirklich da überall oben rauskommen. Hallo. Scheiße. Scheiße. Die sind am Arsch. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir machen das nochmal erstmal, um zu wissen, wo kommt jetzt überhaupt mein Gegner her? Ich brauche unbedingt meine andere Waffe, um dann so einen schönen Streuschuss zu machen. Das haut nämlich die Fliegerlinge weg. Ich glaube, ich werde dafür, also für die Fliegerlinge, werde ich auf jeden Fall einfach Eis benutzen. Weil dann krachen die runter und zerschellen hoffentlich. Ja, das ist doch eine schöne Einfalle, die ich hatte. Legen wir los. So Elektroblitze und dann... Stimmt. Das sind die. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh scheiße. Oh mein Gott. Regenerieren sich die Fallen wieder? Ich hoffe's. Ach du scheiße. Ja, okay, gut. Oh Gott, siehle. OMG, was ist hier los? Alle tot. Mein Versteinerungshobber hat sehr lang auf sich warten lassen gerade. Fuck, 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 fuck. Wie denn schon wieder? Also ich werde auf jeden Fall die Fallen hier vorne wegnehmen. Warum denn? Es bringt ja nichts. Ich meine, die Regenerieren sich ja aber wieder. Ja, ja, aber wenn ich die Viecher hier vorne dann schon töte, bevor sie überhaupt zu irgendwelchen Fallen kommen, die sie kaputt machen können, weißt? Das wäre ja schon mal sehr praktisch. Auf jeden Fall liegt hier oben jetzt eine Menge Geld noch für dich. Das ist sehr schön. Das war lustig. Ich auch. Oh, okay. Ich will sterben. Oh Gott, ich muss nicht noch weit darüber. Oh Gott, warum bin ich überhaupt rübergekommen? Ja, das frage ich mich auch. Oh, da kommen sie jetzt nur bei... Ach du Scheiße, da kommen Flieger. Kommen sie her? Wie macht die... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Tatsächlich von allen Seiten her. Heilige Scheiße. Ich bin nicht mal ein. Bei mir kommen jetzt hier meine anderen Gegner noch. Äh, ja, mach mal die Flieger bei dir. Ich mach die bei mir. Ich kann hier nicht... Ich bin hier eingegrenzt. Ich werde die ganze Zeit geschlagen, geprügelt. Das freut mich. Nicht. Ich würde sagen, ich bin leicht überfordert. Können wir nicht doch einfach Lehrling spielen? Ja, das finde ich gut. Alter, ich sehe nichts durch meinen Kopf. Aber die fliegen hier oben irgendwie erstmal in den Kreis. Wollte die überhaupt irgendwas machen. Au! Wart auf, wart auf, wart auf. Scheiß Viecher. Was ist hier eigentlich los? Ich sterbe gleich. So. Oh, irgendwo Flieger? Nee. Die sind direkt unter mir, oder? Nicht hier runterspringen? Was ist da in der Grube? Oh nein, böser Frost-Uga. Böser. Ich kann gar nichts machen hier gegen die. Ich habe keine Fallen hier unten so weit aufgebaut. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe nur Angst, dass ich hier irgendwie... Ich bin tot. Ich bin tot. Wuuuuh. Oh ja. Können wir bitte auch leicht spielen? Woher komme ich jetzt hierher? Ist doch alles gut. Es ist doch lustiger, wenn man... Alles in Ordnung, also, bitte. Ja, wir haben jetzt da nicht gelassen, dass ein Jahr läuft. Ist okay. Willst du wieder eine Pause, ja? Ja. Ich bin tot. Scheiße. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Wollen wir, renne ich gleich gerade auf die falsche Seite? Ja, oder? Nee, ich glaube, du bist richtig. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist eigentlich. Ach, scheiße. Scheiße! Machst du die... Ach, du Scheiße. Mir ist gerade so ein Dingsentwisch hier. Ja, die rennen... Der rennt bis zu dir rüber. Nee, nee, die rennen an dir vorbei. Der rennt bis zu dem Portal. Nein, tun sie nicht. Doch, der ist ja vor mir vorbeigerannt. Ich könnte ihn nicht mehr einholen. Ja, der rennt zu mir rüber. Die von dir rennt zu mir rüber und die von mir rennt zu dir rüber. Warum macht der denn sowas? Keine Ahnung, aber das habe ich eben schon beobachtet. Ich würde doch eigentlich nur was Schönes bauen. Jetzt habe ich jetzt auf einmal zwei Feuerober hier. Waha, halt. So, warst du das? Nee, da sind die Kleinen wieder. Da kam der von dir. Jetzt rennt er doch zum Portal. Jetzt kommt noch einer von mir. Ich kann mich nicht entscheiden, die scheiß Viecher. So ätzend. Fuck, ey. Ich bin auch gleich wieder hier unten. Es kommen immer mehr und mehr und mehr. Ah, kacke! Wo ist denn der da hin? Wie schlimm sind eigentlich die Flieger? 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 Welche Flieger? Ah, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wovon ich rede. Aber die rennen... Bumm, bumm, bumm. Fliegen bestimmt alle rein hier. Die fliegen in eine Spirale. Das geht eigentlich. Fliegen alle so schön in einer... Ja, wenn du dich auch um die kümmerst, ist das ja schön wahr. Ja, und die kümmern, sieht anders aus. Ich sterb nämlich auch gleich. Die fliegen gleich alle rein. Und ich fliege in den Spalt und da unten sieht es auch gut aus. Bei dir. Ich lasse bei dir einen Uger da rein. Und sag, die kommen jetzt hier nicht rein. Nee, der Uger kommt zurück. Echt? Kommt schön zurück. So. Scheiße. Hey, Trank, yay. Die ganz fliegen dann? Mhm. Ich seh sie gar nicht. Sind direkt über dir. Alles gut. Da kommen auch noch ein paar von dir. Pack, 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 pack. Ja. Feuer. Ich liebe Feuer. Wo sind jetzt überhaupt welche noch? Hier unten, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Oh Gott, ich komme jetzt. Das ist der letzte. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir fangen hier unten an, ne? Mit dem Fallen aufbauen. Mhm. Das klingt mir plausibel. So, und ich wollte keine Fakt. Ich boke einfach die Runde hier einfach ein bisschen zu. Ich weiß auch nicht wirklich, was sie jetzt hier machen sollen. Ich meine... Ich glaube, ich bleibe einfach hier unten. Ich würde auch ganz gerne ein bisschen Schwefel oben mal hinbauen, weil bei mir ist ja noch gar nichts gemacht, im Prinzip. Weil ich glaube, ich glaube... Ich muss genau gucken, wo ich runterfallen kann. Ich kann hier... Ab hier kann ich alles runterfallen, okay. Ich habe voll die Hoffnung, dass hier noch ein bisschen Geld irgendwo liegt. Äh... Ja, hier bei mir. Zwei Münzen. Oh. Okay, dann komme ich mal kurz rum. Die reichen mir schon. Okay. Ist ja, damit ich noch eine Schwefelfalle bei mir oben hinpacken kann. Hier kann ich... Hier kann ich runterspringen. Das ist sehr schön. Wenn ich hier runterspringen kann, dann kann ich einfach direkt... Okay, dann bleibe ich hier stehen. Und versuche hier einfach irgendwas zu machen. Ich bin voll der schlechte Spieler. Äh, lass mal. Das, ähm... Bei mir war es ja jetzt auch nicht besser. Ach, Gott. Oh Gott. Aber Feuer auf die Fliegerviecher mit Eis? Ja, ja. Das klingt gut. Hier kann ich alles runterspringen, glaube ich. Nee, da unten ist... Ja, ich sollte nicht zu weit springen. Okay. Dann. Ja. Lass uns sterben. Jetzt fällt es warm. Mhm. Lass die Flieger am besten... Achso, du machst die Flieger gar nicht. Nee, ich kann die gar nicht machen. Irgendwie, ich bin zu blütt dafür, ganz ehrlich. Die Flieger, ähm... Hätte ich sowieso gesagt, lass die runterkommen. Okay. Wenn du dich da runterkommst, finde ich das schön. Ja, das machen wir. Oder kommen sie schon direkt. Okay, ich gehe runter. Dann würde ich unbedingt um meine Wand hier aufbauen müssen. Gut, ich habe einen von diesen komischen Typen da weggehauen, der immer alles hier operiert und so. Das klingt gut. Ja, sie fliegen alle direkt unten in so eine Finerale. Und dann... Oh, ich habe zu verprügeln. Ja, also ich würde... Wenn wir... Ich denke mal, wir schaffen das hier heute tatsächlich nicht. Und dann würde ich das doch nochmal neu starten, weil wir mit einer anderen besseren Waffe gegen Flieger. Ja, gegen die Flieger kannst du keine Waffen hinbauen. Nee, nee, ich meine als... Direkt als Waffe für mich. So mit Streuschuss und dann sind sie weg. Achso, ja. Ja. Achso, wenn die anderen Viecher hier nicht noch kommen würden und ich mich nur auf die Flieger konzentrieren müsste. Ja, das wäre schon ein Traum. Vor allem haben wir gar keine Yetis eigentlich hier. Es sind nur so eine Yeti-Hülle. Ähm, ich beschwör es bitte nicht herauf. Nein, und ich spring natürlich genau... Da rein. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Wo sind sie, wo sind sie, da sind sie. Yey. Oh, das mutig. Sieh, ich habe einen Arsch im Weg. Auf der anderen Seite kommt noch einer. Alle Hände. Was sind die Herr denn? Okay, da. Ja, alles klar. Ich habe gar keine Ahnung, was hier jetzt eigentlich wirklich bei uns ist. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen Boden bauen, aber... Ich komme irgendwie gar nicht dazu, so wirklich. Nicht wirklich, ne? Nee. Alles zum Kotzen hier. Oh, da kommen Kleine bei dir, oder? Oh, bei mir auch. Oder bilde ich mir das ein? Habe ich Hallus? Ich habe Hallus. Hallo! Achtung, Flieger! Yes. Flieger sind gut. Alles gut. Ich weiß nicht, was du hier für einen Stress machst. Ihr alle, ey. Oh Gott. Ich muss sich mal mehr Bodenfallen einfach hinbauen. Das ist einfach zu viel für mich. Aber ich bin irgendwie immer zu blöd, was zu bauen. Und du solltest schwer verfallen hinbauen, ne? Ja, aber ich habe auch nicht immer so viel Geld dafür. Ich meine, so insgesamt und... Oh mein Gott, ich glaube, ich gehe gleich runter. Aber mir kommt mal mehr Eisruger. Ich bin Bock mehr. Hm. Scheiße, wir haben schon voll viele durchgelassen, fällt mir gerade auf, ne? Jetzt erst! Ich bin jetzt halt verprügelt hier. Da kommen jetzt mal mehr Leute bei mir durch. Was ist das denn für einer? Was ist das denn? Bergtroll. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich mache, ich mache, ich mache es auch gut. Ich bin gerade verwirrt. Ach du sind die Flieger hinter mir, oh Gott. Scheiße, Anni, das ist, ähm... Ich habe doch gesagt, wir machen das gerne nochmal und dann können wir immer wieder um die Flieger und... Ja, wir machen das sehr gerne nochmal. Weil die Flieger fliegen jetzt hier alle rein. Aber ich tanze ja auch vor mich hin, hier von so einem Treu verprügelt, so einem Ober. Das ist echt ein bisschen krass hier, finde ich. Ja gut, beide tot. Ende Blende. Ich bin noch nicht tot. Ich habe total Angst, hier irgendwie so oben aufzuwachen. Fuck. Nein, komm zu mir. Ja, so ist fein. Komm bitte schön mit. Komm zu mir. Ja, du willst mich. Wo ist er denn da mit? So macht man das. Er ist tot. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Pass nur nach 8 rein, mach dir keinen Kopf, ist schon okay. Na dann. Ist ja alles gut. Zeit für ein Gemetzel. Ich bin nicht so weit. Schön für euch. Ich denke auch, wir machen das eh gleich nochmal, aber hey. Ich meine, zwei Runde, sechs von neun, aber es ist absolut sinnlos. Kann sich ja nochmal, kann ja nochmal sein Bestes geben. Man kann, man kann vieles. Kann es aber. Oder wir versuchen, noch ne Falle zu bauen. Ich treffe die, weder um der Waffe noch irgendwie, oder mache den Schaden, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ziemlich schlecht bin manchmal. Aber ich weiß nicht, wir haben gerade 5 von 5 Schädel bekommen, weil wir die Runde so richtig schön geschmissen hatten, die davor. Und auf einmal, oh. Ja, also wir lassen jetzt schon alles durch, ist okay. Und auf einmal so, nope. Ich sehe ja nur komplett alles rot auf der Map, ist okay. Au, schießen die mich hier auch noch an. Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen. Scheiß Biester. Dann falle ich auch noch runter. Alles klar. Das Gefühl kenne ich. Leider nur zu gut. Ich glaube, das war's gleich. Wir haben schon 5 durchgelassen, die Reste wird jetzt gleich reinfliegen und... Ja gut, schade. Das war's dann. Ja, auf... Auf... Lehrling wird das bestimmt ein bisschen besser. Ja, ich bin schon wieder tot, also... Beim besten Willen, es tut mir leid. Es ist schon in Ordnung. Es ist jetzt... Nicht nur deine Schuld, ich meine. Aber ich würde mich dann auch ganz gerne in die Mitte von dem Portal hier stellen wollen, dann die ganzen Fliegerlinge töten wollen. Ja, das macht eigentlich voll viel Spaß, aber so einer noch und dann ist vorbei eigentlich. Meine Güte, zu Ende mit diesem Trauerspiel hier. Oh Gott. Also natürlich haben wir jetzt eine Niederlage erlitten. Ich würde sagen, ist nur verständlich, ganz ehrlich. Also, bei dem, was hier gerade abging, ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal wieder, wenn wir es wirklich diesmal schaffen. Ich meine, jetzt ist das doch selbst aus deinem Hintergrund alles reinrennt. Es ist unglaublich schwerisch. Schwerisch? Es ist schwerisch. So. Dann, also, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.